Ich weiß, wo du bist. Komm vorbei. Ich bin in mir auch noch. Die Ehe, mir ist sie Heimat gewesen. Es war genau die Ehe, die sie für unmöglich halten. Sie glühende Verfechter der großen Liebe. Die Liebe braucht nicht verfuchten zu werden. Genauso wenig wie die Sonne. Die ist da und die ist nicht da. Ich glaube an die Verliebtheit. An diesen schönen kurzen Moment. Kein Drama. Sind Sie jung, Giselle? Ja, überzeugt da. Sie sind verheiratet. Wie war sie im Bett? War fantastisch. Darf ich Ihnen das Du anbieten? Wie hieß eigentlich Ihre Freundin? Magge, Lieberum? Ich liebe dich. Es ist schön mit dir. Schöner als mit deinem Mann. Die Ehe, man muss ja ein Volltrottel gewesen sein. Nein, von dem hat sie immer nur mit höchsten Respekt gesprochen. Was war eigentlich der Grund dafür, dass die fremdgegangen ist? Nein, ich. Bittest du die Grüße, die zu verzeihen? Einer anderen Fall ist, ob ich ihn verziehen hätte. Es wird nie wieder so sein wie früher. Das macht nichts. Ja, ich bin ein Zeig. Ich bin ein Zeig. Nein, ich bin ein Zeig. Untertitelung des ZDF, 2020